So, was machen wir jetzt noch? Die letzten, äh, 13 Minuten, naja? Hm, was hatte ich noch vor? Ich wollte ja noch diese Treppe hier fertig machen. Braucht aber sehr, sehr viel Holz, das mache ich heute auf keinen Fall. Wir könnten theoretisch mal, ähm, warte mal, ich habe gerade eine Idee. Okay, ich gehe jetzt mal in eine Kopie von dieser Welt und wir sehen uns also gleich wieder, gell? Ich schneide ein bisschen was raus. Bis gleich, tschüss. So, da sind wir doch schon wieder zurück, Mensch. Das ging ja schnell und, ja, auf einmal mit Tektapack, Mensch. Ist natürlich erstmal nur vorläufig, mache ich alles eigentlich lange und hier kann man durchgucken. Oh, was ist denn das Schönes? Na, das hat doch was. Hier ist nur unser Bücherregalraum, gell? Ja, deswegen den Birkenholztreppen. Das sind natürlich auch noch Texturfehler. Hier in dem Gras und so, aber das ist mir jetzt egal. Das hier ist jetzt nur eine Kopie von der Welt, deswegen können wir jetzt tun und lassen, was wir wollen. Ja, 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 hört richtig. Hm, das Inventar sieht noch gleich aus, gell? Nur hier ein bisschen, so ein paar Items und so sind neu. Ja, dann gehe ich einfach mal da vorne hin und zwar in unser Netaportal. Dann will ich nämlich nochmal schnell, ach ne, wir machen vorher nochmal folgendes. Ich will nämlich mal gucken, wo ich das Portal hinsetzen muss und das muss man ja nicht immer offscreen machen, deswegen mache ich das jetzt gleich mal so. Hm. So, Direction-Fackeln, naja, wem's gefällt. Das Texture-Pack ist jetzt eigentlich das Beste, also es gibt bessere in der zweiten Staffel, habt keine Angst, nehmen wir nicht das. Da nehmen wir dann schon eins, das viel besser ist, das ich mir auch sehr aussuchen werde und hier, das ist jetzt nur erstmal so zum Spaß. Ach ja, erster Tod, wisst ihr noch? Folge 23. Hm, beeil dich, ich hab noch andere Sachen vor. Wo ist denn unser, ähm, Lava-Becken? Ach, da. Gut, jetzt kann man den ja noch schneller abbauen, wie vorhin schon gesehen, ne? Und hier ist er auch ein bisschen heller. Ja, äh, uff. Nehmen wir mal die Erde jetzt. Geht eh schneller als immer, da so ein Wasser einmal drüber kippen zu lassen. So, dann nehmen wir auch, wir nehmen einfach mal hier vom Randkorn, das geht eh besser. Haben wir wenigstens nicht immer diese nervige Lava. So, der Sandblock geht jetzt auch viel schneller, gell? Geht alles viel schneller. Oh, Mensch, habe ich mich jetzt erschreckt. Guck sich das einmal an, ey. Machen wir es aber nur kaputt, die Spitzhacke hier, das wollen wir ja nicht. So, ich sammle jetzt einfach mal bis 10. Haben wir 9 und 10. So. So, den Sand natürlich, haben wir nicht umsonst abgebaut. Oder weggestochen, oder wie wir es nennen wollen, weil es ging ja viel zu schnell. Was ist denn das? Wieso kommt mitten am Tag hier ein Enderman? Ist doch nicht mehr normal, hallo? Ist er noch normal? Noch ganz, ha? Ja, ja, ich guck dich an, du hast schon richtig gesehen. Da kann nur das Sonnenlicht nicht ertragen, oder was? Warum geht er eigentlich am Tag immer weg? Da ist bestimmt irgendwo in der Höhle gespawnt und jetzt hat er sich verirrt hier hoch. Ich brauch mal eine Enderperle, Mensch. Ähm, ich hab dich doch geschlagen. Da hinten ist er, Mensch. Also so eine Enderjagd am Tag ist eigentlich gerade so das Beste. Vielleicht soll ich doch mal was machen wie früher, weißt du, wie der Feigling jetzt? Hallo? Oder doch nicht. Na gut, wir wollten ja eigentlich was ganz anderes machen, wenn keine Endermänner jagen, sondern, äh, oh. Wieso sind ja eigentlich noch so viele Höhlen unerkundet? Ich hab gedacht, wir hatten ja alles schon. Wir hatten ja 100 Folgen Zeit, Mensch. Oh, Mensch, das bringt doch jetzt auch, ha? So, hier ist wieder unser Kiesweg und den werde ich jetzt auch endlich mal wieder benutzen. Habe ich ja auch länger nicht gemacht. Bin ich immer drüber weggelaufen oder so, aber jetzt tue ich's wirklich mal. Die Kiesgeräusche, wenn man auf Kies läuft, werden dann auch neu, gell, im... Na, äh, na 1,4. Ähm, gut. Und ich hör schon wieder das Geistgeheule und ich sag mal, wenn wir jetzt da oben... Wenn wir jetzt da oben ein Netterportal errichten wollten... Hier so, weißt du? Äh, ja, genau. Ich hab normal... Ich hab leider keine normale Spitzhacke. Oh, machen wir's mit der Hand. Komm, wer braucht Netterrek? Oh, Mensch, das Geistgeheule regt mich auf. Und schwarze Wolle haben wir nicht mehr dabei, machen wir's mit Erde hier. Geht's sowieso nicht um Schönheit, das ist dann eh alles in der normalen Welt nicht gespeichert. Und Flint... Ach, hier ist Flint, gut. Jetzt hab ich gedacht, das ist nicht mehr da. Mensch. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Und die Sonne ist schon wieder am untergehen. Na, wo sind wir denn hier? Aha. Ja, das ist doch schon mal interessant. Geht das eigentlich so? In der Kreativwelt kann man das ja zerstören, ja? Hm. Hier waren wir ja eigentlich auch noch nie, auf diesem Berg. Waren wir doch noch nie. Geht das? Natürlich. Mach ich auch nicht. So. Ganz schnell mal nach Hause hier, gell? Äh, sonst kommen hier noch die ganzen grünen Füße, die will ich nicht. Wie sehen die eigentlich mit dem Tektor-Pack hier aus? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, wenn wir da, als wir unsere Parteien machen würden, würden wir da rauskommen. Und ich würde mal interessieren, wenn wir das ein bisschen weiter noch machen, ob wir da nicht hier rauskommen würden. Und, was haben wir denn da vor der Hals der Mensch? Ach, ist das eine Kopie. Hm. Mensch. Scheißegal. Hm. Wenn hier was explodiert, dann ist auch nicht schlimm. Ähm, so. Ist aber trotzdem nicht. Zombie hier. Enderman, gell? Wahrscheinlich immer noch derselbe wie vorhin. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Zombie. Ich will aber die Tür jetzt eigentlich nicht aufmachen. Weil hier ein Creeper rumläuft. Na, da gehen wir einfach mal pennen. Na, komm, hier, was soll... Ach, Mensch. Das ist doch nicht wahr. Kann ich nicht irgendwie schlafen? Hier, so. Ach, das ist doch nicht wahr, Mensch. Dann tötet mich gefälligst. Wer noch mich nicht schlafen lassen wollte. Töte mich! Und ich sterbe nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr sterben. Hm. Haben wir noch irgendeinen Gesellen? Oder ist das hier? Hallo? Mensch, das ist doch nicht wahr. Wo ist denn das jetzt hin, das Viecht? Hier ist noch der Enderman. Ist ja gut. Soll ich den Monster ausmachen oder soll ich sterben? Ich sag mal, es tötet mich. Tötet mich! Wo ist er denn? Hat sich den Erdblock genommen? Ja, das... Wollte ich jetzt unbedingt, gell? Das war mein Anliegen. So, bist du tot? Gibt's ja nicht. Komm her, du Viecht! Na dann nicht. So, Level 6, gell, wie immer es gewohnt. Wir sind jetzt eh nur gestorbene Kopie. Komm, was soll's. Und dann mach ich mal... Und dann mach ich mal... Ach ja, hier wollten wir das Portal machen. Hm. Damit wir hier rauskommen und dann dadurch zur Dings werfen können. Äh, Obsidianer mal jetzt leider nicht mehr. Ähm, es ist mir jetzt auch egal. Weil ich werfe jetzt einfach noch meine Ender-Perle kommen, weil es so schön ist. Und zwar da oben aufs Dach, damit ich den Zombie töten kann. Nein! Wirf mich doch nicht wieder runter, ey! Jetzt sind wir ja wieder da, wo wir waren. Dann komm ich eben durchs Haus. Jetzt haben wir das Seelösenblatt wieder. Ach, wir kommen jetzt nicht hoch. Doch! So, jetzt ist dein Ende gesetzt, du alles fiecht. Und zwar hier durch und da durch und dann... Hallo? Wieso kann ich den nicht töten? Ich konnte den jetzt nicht töten. Was ist denn das, Wunschrott? Ja, ähm... Ist ja mal interessant zu wissen. Dann geht's eben nochmal hoch und, äh... Das ist jetzt natürlich alles nur ein Albtraum. Ja, das ist jetzt nicht wahr. Ist ja eh noch eine Kopie. Dann gib mir mal... Hallo? Hast du andere Recht oder was? So kann ich den nicht töten? Ich kann ihm, ich kann ihm nicht schaden. Nein! Ich wollte mich schützen mit... Jetzt ging's. Wisst du was? Mit dem er auch im Nutzen erfüllt, das mach ich jetzt mal so hier. Ach, Mensch, das olle Zombie-Viech, das soll sich abmachen. Den kann man nicht mal umbringen. Na gut, ich hab ja auch einen Bogen... Ach nee, den hab ich ja oben liegen lassen. Ach, Mist. Mensch. Ach, da ist auch noch was. Ist ja noch ein Schwert. Na komm, da war schon so am Sterbensinn gerade. So, was machen wir jetzt mal hier und... Ja, der Rest ist weg. Ist ja jetzt auch egal. So, dann... Ich will dich auf jeden Fall noch besiegen in dieser Folge. In dieser 104. Folge des Let's Plays. Na endlich, ey. Stopp. So, hier ist noch Kohle. Interessant. Gut, dann will ich jetzt auch mich schon mal langsam wieder verabschieden. Ne, ich will dich abbauen. Brauch ich mal das ganze Wasch, lass hier ab. Ah, einfach komm, was soll's. Geht ja, wenn man so ne Spitzhacke hier hat, gell. Und irgendwie ist das Texturpaket so ähnlich wie das eine andere. Naja. Von den Fäden her und... So, natürlich, unser ganzer Abort ist wieder kaputt, gell. Aber wen interessiert's? Komm, haben wir wenigstens mal ein bisschen Wolle, ha? Und was gäbe's besseres als... Ähm... Ähm... Ne, 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 jetzt. So, zum Ende einer Folge muss es natürlich so sein, dass, äh... Und zwar zum Ende einer solchen Folge. Ach ne, das war ja andersrum. Oh, ich bin ja auch... ...vor Ort. So, und, weil wir schon mal dabei sind, machen wir gleich mal ein zweites. Ähm... Och, ich... Mensch. Habe ich überhaupt noch Konzentration in meinem Körper? So, den dahin, den dahin. Smaragde weg, oder was das war? Was ist denn los? Was war denn das gewesen? Ach, Birkenholztreppen. Mensch. So, dann töte uns mal. Wir waren jetzt am Original-Spawnpunkt gespawnt, gell? Oh, das ganze Holz. Äh, wie ging das? Ja, wie aktiviert man so ein Vieh? Mensch. Wow. Ja, so geht's natürlich auch. Bring uns um, bring mich um! Und jetzt... Ich brauch' das Holz. Nein, ich hab' noch so viele Hungerpunkte. Ich generiere mich. Das wollen wir ja nicht. Ha, jetzt generiere ich mich nicht mehr. So. Dann wollen wir mal. Und zwar hier unten. Wo ist die Werkbank? Scheiße. Na komm, mach' nur einfach mal so hier. Und dann das weg. Und das auch weg. Und hier eine Werkbank. Und die da hin. Und hier auf jeden Fall jetzt so... ...31 Druckplatten. Und dann endlich... ...töte mich. Na endlich, Mensch. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann natürlich wieder an dem Ort befinden, wo ich gespeichert hab vorhin. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.